Mein Name ist Paul Bernhard Eiber, ich bin der Lader des Referats Restaurierung am Universalmuseum Joanneum. Wir beschäftigen uns mit den Kunstwerken von Alter und Neuer Galerie hauptsächlich, betreuen die Aufbauten und Abbauten von Ausstellungen. Unsere wesentliche Aufgabe ist natürlich, wie der Name Restaurierung schon sagt, das Wiederherstellen von durch Zeit degradierten Kunstwerken, die sich einfach materialtechnisch und natürlich auch durch die Inanspruchnahme während der Zeit abgebaut haben. Da geht es einfach um Sicherungen der Malschicht, da geht es um Ergänzungen, Kittungen, Retuschen, ab und zu um Firmisabnahmen. In erster Linie geht es aber darum, den Kunstwerken zu einem, sage ich, authentischen Zustand wieder zu verhelfen, der dem ursprünglichen Zustand doch wohl am ehesten entspricht. Das ist immer eine gewisse Spielwiese der Erkenntnis, der Annahme, der Interpretation, wie ein solches Kunstwerk ausgesehen haben mag. Es ist natürlich auch oft ein großer Zwiespalt zwischen den technischen Möglichkeiten, die uns unsere Materialien geben. Nicht alles lässt sich wiederherstellen, das ist die große Krux beim Restaurieren. Und manches wird sogar unglaubwürdig, wenn ich es wiederherstelle, wie es war. In diesem Rahmen bewegt sich unser Handwerk oder, sagen wir so, unser wissenschaftliches Handwerk oder unsere handwerkliche Wissenschaft. Also, wir schauen uns natürlich die Objekte immer zuerst an. Dann versuchen wir herauszubekommen, wie etwas gemacht wurde und warum es sich verändert hat. Dann kommt es einfach darauf an, dass wir die Geschichte des Objektes nicht verleugnen, aber dennoch es eben in einem gepflegten Zustand erscheinen lassen. In der Regel sind es einfach bei Leinwandgemälden, dass man sie nachspannt, dass man sie konservatorisch versorgt. Das heißt, dass wir den Rahmenfalz verschleifen und mit Wollfilz auskleiden, hinten einen Rückseitenschutz machen, also auf Holzwurmbefall und auf Schimmelbefall überprüfen und das womöglich durch Stickstoffbehandlungen zurückdrängen. Die Reinigung an sich ist ein sehr diffiziles Problem. Da kann man sehr viel darüber berichten. Das füllt ganze Bücher. Sie fällt das eine Mal so aus, das andere Mal so aus. Oft versuchen wir, wenn es irgendwie möglich ist, dann Firmes zu erhalten, weil da ja auch schon ein historisches Dokument ist. Wenn er verfälscht, dann tun wir das natürlich nicht. Aber für uns gilt immer die Maxime. Nicht so viel wie möglich, sondern eben gerade so viel wie notwendig. Ich könnte Ihnen jetzt zeigen, wie ich etwas schreibe in einem Protokoll. Ich könnte Ihnen zeigen, wie ich ein Firmes abnehme. Ich könnte Ihnen zeigen, wie ich eine Reinigung ausführe. Es sind wischende Bewegungen, es sind sehr kleine Bewegungen, die oft unter dem Mikroskop stattfinden. Es sind aber auch immer ganz handfeste Bewegungen, wenn ich einen schweren Rahmen oder ein schweres Bild trage. Aber ich kann es jetzt nicht auf eine typische Bewegung reduzieren, weil es einfach das Gesamte ist. Und wenn ich jetzt eine Bewegung mache, würde dann die anderen eigentlich ins Hintertreffen geraten lassen. Das wäre also nicht ganz ehrlich.